...hehren mich nicht. Sobald Sie die Lade geliefert haben, wird Ihr Honorar wie vereinbart von der IMC überwiesen. Halten Sie einfach mein Geld bereit. Ich bringe Ihnen Ihre wertvolle Fracht, Sie nutzloser Idiot. Hey, Titan! Mach endlich auf und gib mir, was ich will! Sprachbefehl. Nicht erkannt. Ich reiß es einfach aus. Ist so riskant. Die Lade ist instabil. Hör zu, du Held. Du hast, was das mir gehört. Und das will ich wiederhaben. Los! Sag deinem Titan, er soll das Cockpit öffnen. BT, mach die Luke auf, wenn der Kerl tot ist. Sie spielen immer noch den Helden, was? Dieser Vertrag bedeutet eine Menge Kohle für mich, mein Freund. Sagen Sie Ihrem Titan, wenn er nicht aufmacht, jage ich Ihnen eine Kugel in den Kopf. Pilot in Gefahr. Okularsysteme. Marginal. Kann Pilot visuell nicht erfassen. Boah, das ist komplett am Sack, ey. Siehst du ihn jetzt? Genau hier. Genau hier. Ja? Siehst du ihn jetzt? Funktionen. Gestört durch schweren Aufprallschaden. Mir ist scheißegal, wie kaputt du bist. Ich weiß ganz tief drin. Funktionieren. Noch ein paar Dinge. Mach endlich auf! Oder ich jage deinem Piloten eine Kugel in den Kopf. An Zahlen erinnerst du dich noch, oder? Ich zähle jetzt bis drei. Eins. Zwei. Zwei. Und? War das jetzt so schwer? Tja, das ist das Problem mit Teams. Du gewinnst gemeinsam, oder du stirbst gemeinsam. Wie du hast noch so? Du kranker Mistkerl! Du kranker Mistkerl! Du bist so tot! Du bist so tot. Du bist so tot. Oh nein. B.T. Aber Sie können es. Nehmen Sie das Tierkid. Es ist Ihre beste Chance zu überleben. Ich bringe es zu Ende mein Freund. Oh ja. Eine Machete mit einem roten Griff. Die werde ich benutzen, um dich umzubringen. Ist das eine Smart Pistol? Es sah so aus. Yep. Yep. Smart Pistol, Baby. Smart Pistol. Jeehihi. Woah. Bitte kommen. Over. Bin unterwegs. Ähm. Wo soll ich denn lang? Das ist natürlich jetzt cool. Dass sie einem die Smart Pistol hier geben. Damit du die einfach komplett durchwasten kannst. Das ist so krass. Das ist so krass. Die Stelle hier ist sowas von cool. Wir holen einen Titan. Die Stelle hier ist sowas von cool. Alter. Wie krank ist denn bitte die Smart Pistol? Wie krank ist denn die Binnity Smart Pistol? Funktioniert die Multiplayer auch? So, ich hab die noch nie benutzt. Titanfall? Das ist nicht derselbe. It's not the same. It's not the same. It's not the same. It is the same. Was hast denn du? In der Waffe. Oh ja. Oh ja, mein Freund. Sag mir bitte, du hast das Smart System. Sag mir bitte, du hast das Smart System, Alter. Ihr seid so tot, Leute. Easy. Ich habe jetzt einen Gottverdammten liebchen. Das krankeste Scheißteil in dem ganzen Game. Sorry, ich lebe noch. Du verdammter Scorch. Du bist tot. Totally. Guckt euch das Smartsteam an, Leute. Guckt es euch an. Ich muss überhaupt nicht zielen. Ich drücke einfach nur ab. Mehr mache ich nicht mehr. Guckt es euch an. Der fucking Legion, ey. Will hier jemand was? Ihr Bitches, das ist für meinen ersten Beatty. Das ist für meinen ersten Beatty. Wer will noch? Wer hat noch nichts? Legion ist die krankste Scheiße überhaupt. Ich sag's euch. Ich find Legion allerdings nicht so spaßig zu spielen. Das muss ich halt sagen. Weil du drückst halt nur durch. Mehr machst du halt nicht. Du Bitch. Allerdings. Na, Kampf. Wir müssen unbedingt verhindern, dass die IOP-Fallversatz geben wird. Wenn wir versagen, wird der Milizplanet Harmony zerstört. Oh nein. Der Milizplanet Harmony wird zerstört. Das ist natürlich schon scheiße irgendwie jetzt. Das müssen wir jetzt unbedingt verhindern. Jetzt ist alles völlig egal. Ich hab Beatty wieder. Den juckt der ganze andere Hotstamp. Juhu. Sicher? Der ist besser weggegangen. So. Wer will? Ist voll Star Wars grad. Ist komplett Star Wars gerade. Ah ne, das sind die Boys. Die haben ja nix verbrochen. Versuche sie zu umlaufen. Aufmachen! Oh, der hat einen Legion. Sicher? Du hast einen fucking Ehen. Was willst du überhaupt? Ah. Okay. Das ist passiert. Im Lasersystem entkommst du nicht. Nicht gut. Ja. Der ist halt... Der Ian ist kacke, weil er das Worthax-Schild hat. Gerne. Die. Oh Gott. Jetzt aber den Scorch besser ganz schnell weg, ey. Na. Das ist auf der anderen Seite. Von mir aus kann's weitergehen. Mehr ist auch, Bitch. Wenn du auffällst, dich zu verstecken, können wir weitermachen. Das tut mir leid, Mann. Zeitfeuer hat schon die drei aufgeschlossen. Wir rechnen Raumkaltungsprojektionen. So. Kannst du mal aufhören, dich zu verpissen, du dummes... Du dummes Stück, du haust die ganze Zeit ab. Alter, wie lang geht denn der Scheiß-Laser noch? Wenn ich mich nicht erledigt habe, bitte gleich. Wir müssen die Kammer sofort verlassen. Schweres Störungen in den- Comitianischen Einheiten maps werden. Dann ist es ein Schweresbund. Das war's, ich bin abgebunden. Vorbereitungssequenz abgeschlossen, lagerlos eingesetzt. Achso! Das ist ein fucking Legion. Du verdammter Idiot, ey. Blisk, dieser Vega-Tyton ist immer noch da drin. Nicht mein Problem, Marder. Das hätte in meinem Vertrag stehen sollen. Ich muss mich mit Leuten treffen, die Geld haben. Was soll das werden? Was des Teufels soll das werden? Der Analyse zufolge ist ein Wurf die einzige Option. Wurf die einzige Option. Der Analyse zufolge ist ein Wurf die einzige Option. Zufolge ist ein Wurf die einzige Option. Zufolge ist ein Wurf die einzige Option. Ich brauche Ihre Hilfe. Meine Autonomie für unsere Systeme sind offline. Bringen Sie mich zu der Injektor-Einheit. Wir müssen das zusammen machen. Wir müssen das zusammen machen. Alles klar? B.T. Cooper. Unsere Team vom Boden schaffen es nicht rechtzeitig. Ihr müsst die Faltwaffe von innen zerstören. Das ist der einzige Weg. Das ist gerade gameplaytechnisch extrem anstrengend. Ich muss nämlich den linken Daumen nach vorne drücken. Ist geil. Die Wumme will nicht auf meinem Titan haben. Keine Angst, B.T. Ich gehe nach vorne. Verstanden, Pilot. Protokoll 3. Piloten beschützt. Oh Gott. Vertrauen Sie mir. B.T. Du crazy Motherfucker. Alter. Alter. Mein Titan. Jetzt ist er weggestohrt. Ja. Das ist. Waaaaa. Waaaaa. Waa. Werde hier so rumgewirbelt und so. Oh mein Gott. Waaa. Oh Gott! Das ist crazy Ich schaffe es! Krass! Scheiße! Okay, das war fun! Womit ich die gesamte Kampagne meine. Das war fun! Das war es nicht wert! Mein Roboter ist kaputt! Wir hätten einfach den scheiß Planeten zerstört werden lassen sollen. Bitte! Die Zerstörung von Tython hat den Planeten Harmony gelettet. Die Miliz bezeichnet diesen Planeten als Hauptquartier, aber Millionen andere nennen nun Heimat. I don't fucking care! Mein Tython ist am Arsch! Nachdem die Techniker die letzten Spuren meiner Neuralverbindung mit BT entfernt haben, und ich weiß nicht, wie sich das anfühlen würde, einen neuen Tython zu kriegen. Irgendwie mochte ich den Album. Aushaltige Leistung auf Tython. Hier ist Pilot Jack Cooper. Melde mich an. Geiles Ding, die Kampagne! Da gibt's mal nix! Well done, Respawn Entertainment! Well done! Unblatt! Notwendig. It is! 差is zum Tython. Notwendig. We're going to be using the Chas Rads in den, Das ist auf die Kampagne! Was escienst du, was wir die Beste also? So was ich jetzt? One, wir sind... Was horn immer nur dafür! We sind alle zwei, wir sind ganz. Wir sind richtig gemütlich! Wir sind ganz in ein bisschen.